Wir schauen uns das jetzt einmal an mit dem ewigen, was man sagt, geschwätzt oder nicht geschwätzt oder auffächern oder nicht auffächern. Ich habe dir das gesagt, das ist das erste Mal, was den Chat anbelangt. Es ist eine Erscheinung in dir, wie tausend Erscheinungen. Du kannst da jederzeit rausgehen, du kannst drinbleiben, du kannst die Sachen lesen oder du kannst die nicht lesen, was für wichtig ist, wie reagierst du und das Warum. Du musst dich immer fragen, wenn du was machst, warum machst du das. Ich will das einmal ansprechen, du hast erst einmal dein eigenes Leben, du musst erst einmal begreifen, wer du bist, du bist der, der irgendwas erlebt und zwar immer durch die Filter und durch das Programm, das zurzeit in dir läuft. Und was jetzt mal für mich entscheidend ist, weil ich permanent mache irgendwelche neue Chats auf, wo inner der Holofeeling-Chat nervt, weil der Ron immer wieder den Namen wie eine Maschine verändert. Es geht ja nicht um den Ron. Jetzt kann der Ron, wenn du das Ron-Programm hast, kannst du wieder denken, ja, ich mache das ja, die müssen aufhören, sich zu ärgern. Dann ärgert er sich wieder. Das sind jetzt alles deine Gedanken aufgrund von Worten. Ist es so schwer zu begreifen, sich einfach bewusst zu machen, was ist jetzt da? Aber ich komme jetzt einmal ganz, ganz gezielt zu dem auffächern. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Chat anschauen, unseren Chat anschauen, die Chat-Gedanken, das ist jetzt der klassische, da sieht es folgendermaßen aus, es benötigt, ich drücke es einmal anders aus, ich gehe mal da nochmal zurück. Es ist zuerst einmal, wenn einer anfängt zum Auffächern. Es erfordert sehr, sehr viel Mühe, um fleißig das anzueignen. Wenn du Klavier spielen willst, dann musst du irgendwann einmal dir das beibringen. Ob du jetzt dabei Noten lesen lernst oder nicht Noten lesen, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es gibt ganz hervorragende Klavierspieler, die keine Noten lesen können. Die sitzen aber mit Sicherheit hunderte, tausende von Stunden an Klavier und klippern rum und spielen entweder nach Gehör, du musst es lernen. Es macht Mühe. Und ich sage immer, wirklich lernen tust du nur was, wenn dir das Freude macht. Wenn du keine Freude dran hast, dann ist es ein Programmiertwerden. Und genauso ist es mit den Auffächern. Und ich gehe jetzt ganz gezielt von unseren Ador, weil ja der Ador rausgegangen ist, der hat jetzt auch wieder einen eigenen Chat aufgemacht. Wenn er das Auffächern aufregt und dann bringt er noch diesen schönen Satz hier, ja, die fächern alle auf und blähen damit ihre Hybris auf. Da muss ich dir gleich sagen, in dem Moment, wo einer Auffächern kann, passiert genau das Gegenteil, sondern er strahlt eine Freude aus, weil er was entdeckt hat, indem er sich das Auffächern, die Grundlagen der Vordersprache angeeignet hat, mühselig. Das ist wie eine Fremdsprache lernen. Und er will jetzt die Freude mitteilen. Was passiert, wenn du Auffächern kannst, dass du normalerweise Reizauslöse hast? Ich sage mal, nur Worte, die du siehst, und die wirst du immer zwanghaft einseitig auslegen. Und in dem Moment, wo du die Worte genauer anschaust und die Auffächernst, siehst du plötzlich viele andere Perspektiven, und damit neutralisiert sich dieser Gedanke. Das heißt, Gedanken, die du einseitig bisher nur zwanghaft interpretiert hast, negativ, werden durch das Auffächern vollkommen neutralisiert. Du kannst natürlich auch Sachen, wo du einseitig positiv reagierst, auch negativ machen. Aber dann schießt du über das Ziel hinaus. Wir wollen ja in die Mitte. In diese Neutralität. Und in dem Moment, wo das einer begreift, wie das funktioniert, und sage immer wieder, schau uns am PC an. Was sich in dem Leben eines Menschen verändert, jetzt normal gesprochen, in dem Moment, wo er immer mehr merkt, wie unendlich genial diese Schöpfung ist, und dann zu behaupten, die pläne ihre Hybris auf. Das kann sehr nervig sein, aber nur nervig sein für einen, der nicht auffächern kann. Für einen, der selber anfängt aufzufächern, kriegt der extreme Inspirationsimpulse durch das Auffächern, wenn er eine Auffächerung reinsteht. Einer, der das nicht kennt, was beim Aru der Fall ist, und beim Camp, ist das mühselig und ärgerlich, und da sagen die, die plänen ja bloß ihre Hybris auf, wie gut aus die sind. Das ist aber ihre eigene Interpretation. Es passiert genau das Gegenteil. Man hat natürlich eine Freude, wo ich sage, man will die anderen an der Freude teilhaben lassen und ist auch wieder blind, weil man dabei nicht bedenkt, dass einen, der das nicht kann, total nerven kann. Das kann man natürlich auch übers Ziel hinausschießen, je nachdem, wie man auffächert. Ich fächere ja, wenn ich jetzt als Udo was reinstelle, ein Update reinstelle, ich fächere auch auf, aber nur ganz, ganz wenig. Ich halte es extrem im Zaum. Diese Freude sieht man dann bei uns an Thomas, wenn der auffächert. Das ist so wirr, aufgefächert, ohne Ende, dass es, ich sage, du musst es doch nicht lesen. Das kannst du nachvollziehen, wenn du auffächern kannst, was er macht. Aber der macht immer viel zu viel, der schießt auch übers Ziel hinaus und merkt gar nicht, dass er hier die große Masse absoluter Mitte überfordert. Aber mit Sicherheit nicht, weil er damit seine Hybris aufbläst. Und wenn ich dann so schwätze höre, ja, wenn ich das mache, die blähen die Hybris auf, dann kann er mir gleich irgendwas reinschmeißen oder Tüte rauchen. Da hat er noch nie losgelassen. Da wird er kein Bewusstsein davon bekommen. Bewusstsein ist, wenn du viele Perspektiven gleichzeitig wahrnimmst und das bewusst steuerst. Ich kann, wenn ich mir LSD reinschmeißen, wir machen mal das Extreme, kann ich als Geist, kann ich einen absolut abgefahrenen Trip erleben. Das hat aber mit Bewusstseinserweiterung nichts zu tun, weil du bist gezwungen, in dir diese Scheiße anzuschauen, die dann in deinem Kopf abläuft. Und Freiheit beginnt, dass das, was ich anschaue, ich ganz bestimmt steuere, was ich aus diesen Informationen mache. Das passiert beim Aufwächern. Du bist in einem gewissen Maß, in einem Rausch deines Intellekt, solange du einseitig reagierst. Das ist gut. Und diese Einseitigkeit, zum Beispiel die einseitige Auslegung eines Wortes, eine einseitige Auslegung, eine zwanghafte Interpretation ist Unfreiheit. In dem Moment, wo ich aus dem Bild ein Wort mache oder so vor vornherein Worte habe und ich fächere die auf, sehe ich plötzlich andere Perspektiven, die ich aber komplett bewusst frei steuern kann, diese vielen Perspektiven, zum Beispiel die 16-Perspektive. Ich sehe immer nur eine Einzige. Aber ich kann bewusst steuern, welche ich anschaue, welche ich jetzt ganz bewusst aus diesen 16er, die man nachholen können, rausholen kann, wobei das schon wieder viel zu kompliziert klingt. Und ich sage auch immer wieder dazu, auch die Phase des zwanghaften Aufwächerns wird sich irgendwann einmal vollkommen entlegen, und zwar in dem Moment, wo du so viel aufgefächert hast, dass du merkst, es stimmt sowieso immer. Aber dann bist du von vornherein in diesen Neutralzustand. Dann schaust du einfach nur noch, wie reagiert wird, und du verwechselst dich nicht mehr mit irgendeinem zwanghaften Reagieren, ob ich jetzt sage, ich gehe da rein oder ich gehe nicht rein. Und ich habe jetzt ein schönes Beispiel dazu. Wir schauen uns das ganz kurz einmal an. Da tue ich im Bildschirm übertragen, das wollte ich gerade schon laufen lassen, was alltäglich passiert, wenn man aufwächert. Okay, und zwar lassen wir mal hier die Haribo Goldbeeren laufen. Kennt jeder den Spot? Mal genau zuhören, was jetzt passiert. Ich mag die roten am liebsten. Stell dir mal vor, wir könnten ein roten Goldbeeren einbauen, und dann kommt ein riesengroßer Goldbeeren. Warum? Nur mit roten. Das ist die beste Idee, die ich je gehört habe. Moment. Das ist die meisten schalten hier schon ab. Im Fernsehen kannst du nicht abschalten. Aber jetzt pass auf, wie es weitergeht. Aber wir können auch neben dem roten noch einen grünen Fernsehen. Auf jeden. Ja. So. Und jetzt pass auf, was passiert, wenn wir anfangen aufzufächern? Zuerst einmal, wir fangen ganz einfach an, am liebsten sind mir die roten. Jetzt muss man natürlich wissen, dass rotes hebräische Wort für Adam ist. Das ist das Gotteskind. Am liebsten sind mir die roten. Ich bin rot. Das heißt, die wirklichen Menschen, das, was ich Geistesfunk nenne, wo jeder dieser Geistesfunk, ja, der Adam ist ja männlich und weiblich, denke und ausgedacht ist, wo jeder in seinen eigenen Traum aufgrund seines blauen Ich lebt. Okay? Dieses Adam kann man natürlich jetzt hier ganz normal, das als Imperfekt gelesen, das alle heißt, ich werde zu Blut. Blut wiederum heißt, in einer Hülle stecken. Ich stecke in einer Hülle. Es ist ein Adam, es ist ein bewusst träumender Geist, der hier ganz, ganz genau weiß, den Traum, den ich erlebe, das ist jetzt mein Traum. Alles, was in mir auftaucht, kommt aus mir und ist so, wie ich es träume. Okay? Am liebsten sind mir die roten. Wir machen jetzt ganz einfach mal, wir können natürlich auch einen grünen Braumbanzen, die noch grün hinter den Ohren sind, die Artus der Welt und so weiter und so fort, die meinen, das ist nicht nötig, oder die auf irgendwas negativ reagieren. Das hebräische Wort für grün, auch einen grünen Baum, das ist grünes Gemüse, grünes Grünseut, das wird in der Regel ausgespuckt, das heißt, im Frühling, wenn es anfängt zu blühen, wird aus dem Baum, wird was Grünes, die Blätter rausgespuckt, aber die fallen irgendwann einmal wieder im Herbst ab. Das heißt, die werden das ewige Leben nicht erleben, weil sie eben noch keine roten sind. Was natürlich sehr weit geht, weil wenn wir das jetzt wieder uns anschauen, ich sage immer bloß rot-blau, Intellekt ist rein die Berechnung von einer Affinität, die in der Regel nur einseitig angeschaut wird. Wenn ich immer sage, ich mache aus jedem Wort ein 400-Zeiten-Buch, das sind natürlich auch die Kleinigkeiten, das ist jetzt hier zum Beispiel, was ich reinstehe, wir machen nur mal unsere Farbnormen, Gelb im Osten, Blau im Westen, Grün, Green Witch, die Nulllinie. Kann man alles nachlesen. Das heißt dann, die Hexe, die Hecken, die Zaunreiterin, ist die Mittellinie. Es gibt in deiner Welt keine Zufälle. Was da eine Tiefe in der Matrix im Hintergrund ist, wirst du erst merken, wenn du zum Auffächern anfängst. Jemand, der sagt, wenn einer Auffächern kann und das aus Freude mit anderen mitteilen will, der bläht seine Hybris auf. Wenn einer noch Hybris hat, dann kann er nicht auffächern. Das sind die, die das kritisieren, weil sie nicht mitkommen. Das ist eigentlich nur versteckter Neid. Wenn man sich selber wertfrei beobachtet, kriegt man das mit. Okay. Jetzt pass auf, ganz interessant, das Ganze dreht sich ja. Ich mache jetzt nur Stichpunkte. Immer dran denken, ich könnte jetzt jedes Wort ein 200-Zeiten-Buch machen. Unser kleines Video beginnt ja letztendlich mit Haribo. Ja. Also schauen wir uns das einmal an, was jetzt da passiert. Wir bleiben ganz einfach H-A-R. Lass scheinen, du mach hell, du leuchte, erleuchte, er helle, erheitere, tröste und belehre, verbreite dein Licht und zünde die anderen um. Das ist das, die hier aufwächern, recht viel aufwächern, geistreich aufwächern, wie der Beze zum Beispiel mittlerweile. Dann zu viel machen, wie der Thomas. Aber es ist ja innere Freude. Er will das, was er entdeckt, mitteilen, mit anderen mitteilen und kriegt gar nicht mit, dass die Masse das gar nicht checkt. Ja, das ist der Punkt. Jetzt immer dran denken. Gedanken von dir, wenn du es sowieso nicht begreifst. Es ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass du verstehst, dass egal, wen du dir ausdenkst, hinter jeder dieser Menschen steckt derselbe Geist. Das ist das JCH, das vor dem Bücherregal steht. Der aber in eine Vergessenheit geht, sobald er in ein persönliches Leben, in einen persönlichen Traum eintaucht. Ja. Den sagst du, überforderst eigentlich bloß dich hinter einer anderen Maske. Was jetzt wichtig ist, dass hier, wir haben ja Hari, H-A-R, machen wir mal der I hinten dran, und dann kriegst du den Löwen. Der Ari ist der Löwe, Hari. Ah, ja. Das ist jetzt der Löwe, das ist immer wieder, wenn du schaust, eine tiefe biblische Metapher auch. Den Löwen wieder, wenn wir umsetzen, das B als W, kriegst du. Löw. Was steht jetzt der Mose? Ja. Das ist liebisch, das lebt, die Grundratik selber vom Löwen, ist ja lebt, wenn du lebt magst, und das ist hier das Herz. Ja. Richard Löwen hat es. Dieses Lied ist auch der innerste, kann auf rot geschrieben. Der Mut, der Verstand, aber aus dem Innersten heraus, wenn man es rot macht. Sehr stark. Okay. Ja. Und dann haben wir natürlich noch Bo, wir haben ja den Hari Bo. Ja. Das ist der Löwe, ist in ihm. Das bin ich, weil ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Ich bin auch in dir, wenn du noch grün hinter den Ohren bist. Jetzt können wir den Baum noch machen und so weiter und so fort. Du siehst plötzlich, dass hier ein kleiner Werbespot schon innerhalb dieser wenigen Erklärungen komplett in den Kontext reinfällt. Ja. Und einer, der jetzt sich die Grundlagen der Vatersprache aneignet und das immer mehr ahnt und dann automatisch weiter mehr auffächert, immer mehr feststellt, hey, egal was ich anschaue, das ist ja absolut genial perfekt in diesem kleinen Kontext. Ich sage immer wieder, du brauchst zum Auffächern zuerst einmal einen Schlüssel und ein Schlüsselloch. Das ist wie mit einem Code. Und ich sage, die Metapher unserer Gedankenwellen und des Spiegeltunnels, das ist eine Grundmetapher, die musst du im Kopf haben, die muss fest installiert sein und erst mit dem Hintergrund macht das Auffächern einen Sinn. Und der Schlüssel ist die Vatersprache. Und es nützt nichts, wenn es einem zu viel ist. Ich sage immer wieder, was den Chat anbelangt, das sind auch keine besonderen Menschen, die 200 und etwas Bröselwohn drin. Das sind bloß die, die den ersten Ahnungen, den Hauch von einer Ahnung haben, dass die Welt wirklich anders ist. Und die, die du dir jetzt ausdenkst, diese 200 sind auch keine Außerwelten. Außerwelt ist der, der mich entsprechen wird. Ja, genau. Was ausgedacht ist, ist nie Außerwelt. Ja, ja, ja. Das ist ein Kalvinismus. Ja, ja. Wenn du ein Guter bist, die Gedanken, die du denkst, die Trockennasenaffen, die du dir ausdenkst, zwanghaft ausdenkst, wenn du dich irgendwann aufregst, in dem Chat oder in der Zeitung aufregst, du hast das, was mir wichtig ist, eigentlich noch gar nicht verstanden. Was mir wichtig wäre für dich, ist schlichtweg und einfach, dass du das Bewusstsein bekommst, dass du sofort, bald du aus dieser, ich sage mal, aus dieser Ruhe herausdriftest. und zwar wichtig, egal, ob es positiv ist oder negativ. Jetzt negative merkt jeder, wenn es ihm scheiße geht, was keinen merkt, wenn er gut drauf ist. Darum sage ich immer, Gott hilft dir am meisten, wenn er dir scheiße einspielt, auf dem Weg zur Bewusstwerdung, weil die Sachen, wo du komplett positiv bewertest, bist du im tiefsten Schlaf. Das kann man natürlich auch bewusst machen, bloß keiner macht sich Gedanken, was soll mir das jetzt sagen, wenn er in ganzer Weise negativ reagiert. Was soll mir das jetzt sagen, sagst du prinzipiell bloß immer, wenn du dich darüber aufregst oder wenn du den Reizauslöser negativ interpretierst und du dich dadurch schlecht fühlst, dann willst du es loshaben. Stimmt. Aber es ist nicht nur so, dass ich sage, ich will jetzt das Schlechte, das da loshaben und den Berg will ich behalten. Das ist die Schwierigkeit. Das ist immer, wenn du gut drauf bist, wenn du oben bist, da kritisierst du nichts, da ist alles in Ordnung, das dürfte immer so sein. Es ist immer so, aber nicht bloß der Berg, sondern das da ist im Hintergrund. Du hast es bloß vergessen. Wenn jetzt die Seite wechselt, dass du die andere Seite kriegst, dann stürzt du ab, dann wirst du es plötzlich wieder loshaben. Ja, ja. Das habe ich so oft gesagt. Und du kriegst das eine nicht ohne das andere los. Ja. Das heißt, du wirst Krankheit niemals loskriegen, solange du bloß gesund sein willst. Du musst verstanden haben, was die Heiligkeit ist. Du bist dann heilig in Bezug auf dieses Bärchen, wenn du weder an Krankheit noch an Gesundheit denkst. Und du kannst schauen, je nachdem, welches Programm du laufen hast, auf welcher Seite du bist, wie viele hunderte oder tausende Male du das vom Bruder schon gehört hast. und du wirst jetzt merken, der Zweite in dir wird sich ein Dreck drumstehen, sobald du ein Wehwehchen hast, wirst du wieder losmarschieren und versuchen, das zu gehen. Das ist die Sache. Du musst durch die Angst genauso hindurchgehen wie durch die Krankheit. Die beste Medizin ist das vollkommene Geschehen lassen, wie das Wetter. Du wirst nicht auf die Idee kommen, du hast auch, wenn Wetter auftaucht, gibt es ein gutes Wetter und ein schlechtes Wetter. Und egal, ob das Wetter so oder so ist, da hast du zumindest nicht im Geringsten das Bedürfnis, dieses Wetter verändern zu wollen. Du wünschst dir zwar, dass es anders ist, aber du versuchst es nicht zu verändern, weil du weißt, es geht nicht. Ja, genau. Wie sieht das aus, wenn man von gesund und krank kriegt, statt schönes Wetter und schlechtes Wetter. Da wirst du merken, wenn schlechtes Wetter ist, sprich, wenn du krank bist, das willst du loshaben und du willst bloß gesundes. Du wünschst dir natürlich beim Wetter auch schönes Wetter. Aber wenn schlechtes Wetter ist, versuchst du nicht mit irgendeinem Mittelchen oder mit irgendwas das schlechte Wetter loszukriegen, weil du die Sinnlosigkeit erkannt hast. Aber du bist immer noch im chronologischen Denken. Sonnenschein, Regen, Sonnenschein, Regen. Jetzt kommt die Sache, was ist besser davon? Fragen wir einen Bauern. Jetzt neutralisiert sich das immer mehr. Merkst du das? Ja, ja, ja. Und das sind jetzt Beispiele, wo dir das einleuchtet. Aber es gibt so viele, es gibt Beispiele, wo dir das einleuchtet und ich sage, es gibt auch Beispiele, wo dir klar ist, jetzt zum Beispiel mit hell und dunkel, dass von der höheren Ebene aus gesehen, das gleichzeitig ist. Mhm. Aber dann sind so viele Beispiele, wo du das einfach nicht akzeptierst. Da stürzen die Menschen vollkommen ab, wo ich dann höre, das kann man nicht vergleichen. Man kann doch Krieg und Frieden nicht vergleichen mit Sonnenschein und Regen. Und ich sage dann wieder, wer bestimmt jetzt das? Frag dich, wer permanent diese einseitige Scheiße bestimmt. Ja. Das ist dein Problem. Du. Du bist das Maß aller Dinge. Und ich hätte jetzt kein Problem, diese kleine Haribo-Geschichte, wenn wir jetzt die Worte nochmal rückübersetzen und weitermachen, die wird schwindelig. Dann machen wir aus und stehgreif, machen wir hier ein Riesenbuch, was da drin ist. Und das ist auf einmal da, wenn du auffächern kannst, wenn du das wirklich installiert hast. Was hier passiert, die Zeit löst sich auf. Ich mache immer so ein einfaches Beispiel, wenn ich sage, kannst du lesen und schreiben und du sagst ja. Und du merkst, das ist ein Riesenchat, wie lange jetzt normal gedacht, wie viele Jahre hast du gebraucht, um dir das anzueignen, dass du in der Art und Weise, wenn du jetzt irgendwas anschaust, eine Zeitung, irgendwas, ein Roman, du schaust das an und es läuft sofort ein Film in deinem Kopf. Das heißt, du kannst lesen, aber es ist ja nicht nur, dass du aus diesen Zeichen, das läuft in einem vollkommen, ich sage mal, in einem positiven Automatismus jetzt, dass sich das so auflöst, dass das komplett von selbst abläuft und du beim Lesen, wie gesagt, selbst das Buch löst dich dann auf. Wenn irgendeiner glaubt, ja, schau die ganze Zeit die Worte an, wenn er einen spannenden Roman liest, das kannst du doch komplett vergessen. Das sind noch 50, 60, 100 Seiten, wenn das ein spannendes Buch ist, wo dann nichts, weder ein Buch da ist, noch ein Umblättern da ist. Der Materialist sagt natürlich, ja, ich blätter natürlich trotzdem um, sonst könnte ich ja nicht lesen. Der füllt alles, was er mit dir logisch, du erklärst dir alles unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich, weil das zu 99,9 Prozent auf Sachen aufbaut, der ganze Materialismusregion und Esoterik ist eine Vorstellungswelt, die man vom Hören sagen kann, die bei genauer Selbstbetrachtung, bei geistreicher Betrachtung sich so schnell als extrem trügerisch entlarvt, weil du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und das ist in dir einprogrammiert, das ist hundertprozentig sicher. In dem Moment, wo dir was logisch erscheint, stellst du das nochmal in Frage. Du musst deine eigene, deine Logik, die du zur Zeit zum Denken benutzt, in Frage stellen. In du bist dich heißt es immer wieder, wenn du aufgehört hast, deinen jetzigen Glauben, deine Logik in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben, dann bist du ein Zombie, eine reine Maschine. Ein Roboter. Denkt wieder an Orbiten. Einer, der verweist, weil er seinen eigenen Vater, seinen eigenen Geist vergessen hat, verlassen hat. Er ist über den Jordan gegangen. Er ist Irt-I-A-D, das hebräische Wort für Jordan. Er ist Irt-Isch geworden. Er hat eine Gestalt angenommen. Das ist genau dieses Prinzip. Das habe ich so oft, das sind so Kleinigkeiten, das ist so tief, dass alle Sprachen, wie gesagt, nicht nur das Deutsche ineinander verschmelzen. Und da wirst du merken, auch die Sprichwörter, darum wiederhole ich, gerade für die Leute, die meinen, die haben es nicht nötig, und die sich über welche aufregen, die aufwächern, weil sie die Freude mit anderen mitteilen wollen, dass die ihre Hybris aufbranchen. Und dann verflüchten sie sich wieder zurück, dass sie meinen, sie kriegen irgendeine Bewusstseinserweiterung, wenn sie sich eine Tüte reinpfeifen. Es ist einem davonlaufen von dem, eigentlich ist es in einem gewissen Maus eine Faulheit. Ich zeige euch immer wieder dazu, dass ihr das nichts nützt, wenn du jetzt meinst, du müsstest das Aufwächern lernen, dass du geistig weiterkommst. Das ist Kaufmannsdenk. Es würde dir passieren, dass du gar nicht anders kannst. Es würde dich im tiefsten Innern interessieren. Und wenn die Neugierter da ist, dann hast du die Reifestufe erreicht, dass du das verdient hast, das zu verstehen. Einer, der sich jetzt zwingt, weil er dann, das ist Ego, zum meinen, ich muss jetzt das lernen, da bläht sich die Hybris auf. Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Du kannst gar nicht anders, wenn du die Reife hast. Es ist wie wenn du in die Pubertät kommst. Du kannst gar nicht anders um irgendwie an andere Menschen, ich sage jetzt nicht einmal, wenn du Mann bist, dann Frau, du kannst auch schwul sein, auf jeden Fall an irgendwelche Sexualität zu denken. Es geht nicht anders. Jeder, sage ich, hat in seinem Kopf seine eigenen Vorlieben, seine Sexualitäten und seine Fetische. Du kannst dich nur überraschen lassen. Als träumender Geist hast du überhaupt keine Freiheit. Du kannst da nicht anders, wenn du in deinem Leben hast, dass du die Typen reinpfeifst oder was. Das suchst du dir nicht raus. Da gibt es keine Besser und keine Schlechter. Aber was passiert, wenn du als Geist, wenn ich in die Auftauch, die Reife hast, wirst du irgendwann einmal als nächstes den Punkt kriegen, dass du viele, viele Sachen wegfallen lässt. Ich erinnere an das letzte Selbstgespräch, wo ich gesagt habe, hier mit der Roswitha, die von mir damals dieses dritte Wir sind alles, das Buch gerichtet hat vom Jahren und drei Monate später, wo sie mich anruft und ich sage, hast du das schon gelesen? Und dann sagt sie, ich habe noch keine Zeit gehabt. Was ich in dem Gespräch nicht erwähnt habe, was meinst du, wie viel Dünnschiss und Fernsehserien, die sich reingezogen hat, diese drei Monate? Man muss ja Prioritäten setzen. Ich bringe ein Beispiel. Ich rede jetzt wieder, wir bauen mit diesen Worten eine Vorstellung einer Figur in unseren Kopf aus. Es geht nicht um diese Figur, sondern um das, was ich dir damit erkläre. Du sollst dich beobachten, was dich interessiert. Und ich sage immer wieder dazu, du hast es nicht einmal zu verändern. Ja, gut. Und wenn du jetzt sowas kriegst, offensichtlich ist es mühselig zu lesen. Für den, der die Reife nicht hat. Für welche, die die Reife haben, wenn ich jetzt, und jetzt sage ich einfach wieder Namen, Redo, Diana, ich könnte jetzt zig andere, Thomas, Rennings, alle die aufwechern wie die Weltmeister. Weißt du, wie oft der diese, wenn ich immer wieder sage, wo ich mit Sicherheit was, 10, 15 Mal, die haben diese ganzen Bücher, wo einen, der den Haufen sieht, auf einmal absteckt, die große Masse mindestens 4, 5 Mal schon gelesen. Nicht nur einmal. Du weißt, wo wir am Stammtisch sind und dann hier die Irene den Stab bekriegt vom Uderstamm. Dann blätterst du mal mit dem Finger so durch ein Buch durch. Das ist noch ganz anders, wie wenn du bei der Diana auf der Internetseite auf die Liste schaust, dann schaust du dir die Bücher an. Wenn die ausgedruckt da sind und du fächerst einmal so mit dem Finger fest durch so ein Buch durch, ich sage immer, eine spezielle Holoarithmetik oder die Hologrammatik, wo dann extrem, du einen Farbenschweig kriegst mit Formen und mit Zeichnungen und allem drum und dran und dann schreckt das ab ohne Ende. Und wenn du diesen Schrecken hast und boah, ich kann doch das gar nicht alles lernen, das ist der zweite in dir. Der hält sich in seiner kleinen Zeichnenwelt fest, aber irgendwann werde ich die nicht mehr satt machen. Deine Tüten werden dich nicht satt machen, wenn du dir was reinschmeißt, weil du immer wieder zurückkommst in den Normalzustand. Mein Beispiel, wir machen Yoga und wir saufen uns die Brünne voll. keins dieser beiden Technik gehilft. Du wirst nüchtern werden und du wirst bei Yoga oder wenn du dir Düte reinschmeißt, wirst du auch wieder clean werden und dann bist du genau in derselben Scheißwelt wie vorher. Der Unterschied besteht darin, dass wenn ich jetzt ganz gezielt alkoholiger bin und wieder nüchtern werden, ich merke, dass ich ein Problem habe und ich merke, dass die Flucht, die ich mit dem Alkohol mache, mir mein Problem nicht abstellt. Die Tüten reinziehen, die meinen klingen Bewusstseinserweiterung da durch. In keinster Weise. Es ist eine Phase, ein Lernprozess, aber was du zu lernen hast, ist nicht diese Erfahrung, die du im Rausch hast. Da lernst du nämlich nichts. Du lernst nur, wenn du bei vollem Bewusstsein bist. Und das Bewusstseinserweiterung nennen. Bewusstsein ist Energie, die kann man wieder vermehren, das ist man nicht. Also schon, wenn einer Bewusstsein, sein Bewusstsein, das er besitzt, erweitern will, hat er nicht das geringste Verständnis. Man merkt jetzt, die Worte gehen sehr, sehr tief. Und ich klage niemals irgendeinen Gedanken von mir an. Das ist jetzt der große Unterschied, dass es nicht um irgendwelche Menschen geht, die mir uns jetzt ausdenken, die dieses oder jenes machen. mir geht es nur um den, der sich das ausdenkt und aufgrund dieser Worte, die er jetzt hört, Vorstellungen in sich aufbauen. Mir geht es einzig alleine nur um dich. Und du kannst nur schauen, was du magst. Weißt du, wenn ich jetzt hier in dem Chat bin und ich merke, da gehen eine dazu und da gehen eine wieder raus, das sind für mich doch bloß Worte, wo ich mir jetzt Figuren ausdenke. Ja, stimmt. Ganz anders sieht es aus, wenn du derjenige bist, der rausgeht. Wenn du die Rolle spielst, dass du rausgehst, schau mal das Warum an. Die Argumentation vom Adu ist ganz einfach mit seinem neuen Chat. Müsst du mal hier, muss ich jetzt gar nicht ganz kurz und dann wisst ihr, wie oft ihr, meine ich jetzt ganz gezielt Geistesfungen hinter verschiedenen Personas. Ich weiß es, weil ich der Geist bin. Ohne Filter. Wie oft ich hier immer wieder einen neuen Chat kriege, wo mich einer reinnimmt, weil er aus dem anderen Chat rausgeht. Ich müsste jeden Tag 20 verschiedene Chats anschauen, weil jeder meint, ihn richtet der Chat auf, er macht einen neuen Chat auf. Wo natürlich gerade immer einige, die ihn sympathisch sehen, reinhängt. Ob das die Naturfreunde sind, wo man hat, ob das im Bezis ein Chat ist, ob jetzt der neue Chat wieder vom Ador ist, dann hat der wieder mal einen Chat und der wieder einen Chat. Ich halte mich ja so, die Phase, wo ich einmal rausgegangen bin an dem ersten Chat, den ich eingestellt habe, wo der Thomas dann ja neu gemacht hat. Das ist, weil das dann wirklich nervig war, wie der Ron in seiner Phase war. Dann hat man den Markus in seiner Phase. Dann hat der Bezis einen Schreibdurchfall gehabt. Der schreibt immer noch viel über extrem geistreiche Sachen, die extrem inspirierend sind, vor allem für welche, die es lesen können. Ich sage immer wieder, die Doni sind ein absoluter Fan von Bezis. Diese zwei alten Männer, Menschen, oder die Feddings, weil die auffächern können und das nachvollziehen können. Da hat jeder Freude dran, der weiß, was ausgedrückt wird. Beim Thomas Renning sieht es ein bisschen anders aus, da wird es ein bisschen mühseliger. Was nicht heißt, dass das schlecht ist, ist schlechter, weil er zu viel macht. Wenn es einer lesen kann, ist gut. Was ein ganzes Extrem ist, aber was ganz selten ist, wenn der Wolfgang was reinsteht. Das ist Oberlieger. Wolfgang ist für die Oberlieger. Das hat jetzt nichts, es geht rein, wir reden jetzt von Programmen, welches Programm hast du in dir laufen? Ja, ja, ja. Das muss man aber kriegen, aber es geht hier nicht um besser und schlechter, weil du sollst dir doch all diese Sichtweisen zu eigen machen. Es sind Facetten von dir, die du abblockst, weil du noch so in deiner Rolle drinsteckst. Mit dieser unbewussten Trennung, die anderen bin ich nicht. Holopheling, du hast noch nicht mal verstanden, was das Wort Holopheling bedeutet. Also wir können auch ein grünes Bäumchen pflanzen, aber am liebsten sind wir die Roh. Die Welt spricht zu dir mit jedem Zeug, da kann ich tausendmal sagen, gib mal Maggi oder Tütensuppe und dann schauen wir mal, was da draufsteht und du kommst in eine komplett andere Welt. Und was jetzt mir wichtig ist, ist nicht, dass du aufwechern kannst, sondern dass du erkennst, dass nichts, absolut nichts, was in dir auftaucht, ich benutze mal das normale Wort sinnlos will. Es hat seinen Grund, dass es in dir auftaucht. Es sind Facetten von dir selber. Und es ist doch schon wieder alles auch eine Form von Sekte, auch wenn eine meinen, die Handvoll Leute, die 200 und etwas bröseln, die jetzt in diesem Chat sind, wenn du meinst, du bist jetzt irgendwie was Besonderes oder was Auserwähltes. Du bist etwas Besonderes. Du bist nämlich etwas, was nicht gedacht werden kann. Das ist es Besondere an dir. Und dann wirst du feststellen, dass das aber nicht die 200 sind, sondern der, der sich die 200 ausdenkt in dem Chat. Und auch die ganzen anderen, egal welches Video wo er ja anklingt. Der alles interpretiert. Das ist immer der Konformismus. Solange du etwas Besonderes sein willst, betreibst du Konformismus. Es ist jeder Mensch, es ist ein ganz eigenständiger Mensch, so wie jeder Roman ein eigenständiger Roman ist. Selbst wenn du jetzt eine Kopie von einem Roman magst, ist zwar vielleicht der reine Dateninhalt, könnte ich jetzt sagen, ist dasselbe. Aber als Kopie ist es schon was Besonderes, weil es ein anderer Datenpräger ist, der ja unrembar mit den Daten zusammenhängt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier dasselbe Bild auf zwei verschiedene Dateien abspeichere, ist es dasselbe Bild, wenn ich die Dateien öffne auf dem Bildschirm, aber schon aufgrund, dass die aus einer anderen Datei kommt, ist die eine schon was Besonderes im Vergleich zu anderen. Ja. Weil die befinden sich, die Bilder sind die selten, also die man rausrechnet, aber sie sind auf unterschiedlichen Gefäßen. Mhm. Ja. Ist ja wie eine grobe Metapher, weil man muss eigentlich das wirklich verstanden haben. Und jetzt ist es das Schöne, dass man hier auch wieder jetzt hast du mal, kann man die vier Seiten machen. Jeder Mensch schon aufgrund seiner Eigenart, seines unterschiedlichen Schwamminhalts ist was Besonderes. Was jetzt die normalen normalen Menschen natürlich kaputt machen durch den Konformismus, weil du dich ja schon einklingst in dein Umfeld. Ob dir das gefallen, ob du dir zerrissene Jeans ansiehst. Ja, genau. Ich tessiere jetzt nicht, ich beschreibe wertfrei. Nein, nein. Wer keine Schulter werfe den ersten Stein. Dein Glaube, deine politische Einstellung ist alles Schwamminhalt. Wenn du in den Spiegel schaust, das Spiegelbild, das sich in dir aufbaut, das hat nichts mit Schwamminhalt zu tun, das ist eine tiefere Ebene. Ich sage dann immer, du hast ein Kollektivprogramm, mit dem Kollektivprogramm hat das auch nichts zu tun, das wäre jetzt das Betriebssystem. Aber auf dem Betriebssystem ist dein Aussehen auch nicht drauf. Das wäre jetzt am Computer BIOS. Ja, genau. Das ist, man muss wissen, ganz grob für eine, die gar keine Ahnung haben. Du hast auf einem Computer schon ein Programm drauf, das du benötigst, um ein Betriebssystem installieren zu können. Wir können ja jetzt auf einem Computer, wenn ich einen ganz plattgemachten Computer habe, ich nenne das mal einen plattgemachten Computer habe, muss dir klar sein, dass du, um ein Betriebssystem aufzuspielen, ob das jetzt Windows ist, ob das Linux ist, spielt keine Rolle, muss ja schon ein Programm drauf sein, dass du ein Programm aufspielen kannst. Ganz böse ist, wenn das BIOS kaputt ist. Dann kannst du fausen, dann musst du das Ding zerlegen. Und das ist jetzt, wo ich immer sage, der Grundschwamm, das ist nochmal eine tiefere Schicht da. Aber ich bin so in einer Vereinfachung in den ganzen Beispielen. Die können auch verstanden werden. Das reicht. Darum sage ich, ich konzentriere dich auf diese einfachen Beispiele. Dein Leid wirst du nicht abstellen, indem du irgendwie von der einen Seite auf die andere hüpfst und von einem Teilbereich in den anderen rein hüpfst, sondern wenn du dich erhebst und begreifst, dass alles gleichzeitig da ist. Und dass das Teile von dir sind. Und solange du noch das Bedürfnis hast, wo drin sein zu wollen oder wo rausgehen zu wollen, weil es dich ankotzt, hast du noch Feindlitter. Und wenn du jetzt aus einem Chat raus willst oder aus einer Partei raus willst, aus einer Kirche oder aus einer Krankheit heraus willst in die Gesundheit, du hältst ständig deine Unheiligkeit am Leben. Ja, genau. Ja. Und da muss ich sagen, du musst nicht aufwächern können. Du könntest den Frieden auch haben ohne. Ich kenne bloß keinen, der es geschafft hat. Oh, mein Schatz. Ich sage keinen Geistesfugel. Ich kann mir jetzt Menschen ausdenken, die ganz selig sind, wenn ich sage, der Schäfer, der hier kein Problem hat mit der Welt, der kein Fernseher und keine Zeitung hat, aufgrund dessen, aufgrund von fehlenden Medien, er in keinster Weise sich eine schlechte Welt um sich herum ausdenkt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. aber er lebt trotzdem in einem Talbereich. Den Himmel auf Erden, da haben wir doch unsere 16 Seiten. Ja. Aber wir wollen, dich sollte das heilige Ganze interessieren. Wir wollen in einem ganz, ganz anderen Bereich, wenn ich sage, Holofilling ist was vollkommen anderes. Das ist eine vollkommen andere Welt, die sich dir öffnen kann. Dir Geistesfugel, nicht dir Trockennasen erfüllen. Den wirst du opfern müssen, vollkommen. Das heißt, mit deinem Körper kommst du da nicht rein. Soviel zum Thema, wenn man sich dann das Himmelreich vorstellt und dann bin ich ja wieder der Mensch oder so und so alt und dann treffe ich wieder auf meine Oma oder auf meine Eltern, die gestorben sind. Das sind so religiöse Märchengeschichten, religiöser Wahnsinn. Die Quelle von Leid in deiner Welt sind genau diese Religionen. Und ich meine jetzt nicht dem Fanatismus nur von den Moslems oder den Christen und es geht bei Beerdigungen schon los, wo ich sage, dieses Leid, wo in die Leute impliziert wird, dass man leiden muss, wenn einer stirbt, sage ich alternativ dazu, die Bale-Geschichte. Jede einseitige Aussage kennt zumindest eine Kehrseite und viele Zwischenperspektive. Mach dir jetzt erst einmal bewusst, was du bist und von dem kannst du nicht davonlaufen. Und dieses will ich und will ich nicht ist immer noch vollständig dort vom zweiten Linie. und hüte dich, ein blindes Arschloch zu sein, dir das abgewinnen zu wollen. Ich habe jetzt nicht kritisiert, es immer wieder daran denken, hast du den Satz verstanden? Jede Kritik, die irgendwer in dir äußert, den du dir jetzt ausdenkst, ob der jetzt sinnlich wahrgenommen in dir auftaucht oder ob es einfach nur eine Vorstellung von Menschen ist, weil du in einen Chat reinschaust und irgendeine Überschrift liest mit der Name und dann Worte dastehen, die du dir ausdenkst. Alles entsteht in dem Augenblick, wo du siehst. Zuerst die Worte, ich rede nicht chronologisch und dann schaust du oben, wer hat das reingestellt und dann der und der und der. Und dann sind Aversionen oder keine Aversionen, ob das unser Loder ist, der tausendmal rausgeht, dann tun dann wieder welche rein. Was ist der Loder jetzt? Es sind alles immer nur deine Gedanken. Hast du es verstanden? Und solange einer noch eine einseitige Kritik äußert, sagt es nichts aus über die Kritik, über das kritisierte Entschuldigung. Es sagt alles über die Unvollkommenheit des Kritikers aus. Und darum sage ich, selbst wenn du jetzt den Eindruck hast, jetzt könnte ich wieder sagen, mach dir die Mühe und suche im Internet Holofeeling bei Roy, glaube ich, 2001 ist die Überschrift. Und dann hörst du, was ich 2001 gesagt habe, vor 19 Jahren. Du wirst den Eindruck kommen, wenn du den Udo jetzt zuhörst, entweder real oder als Pixelmännchen, dass er für was ist oder gegen was ist. Selbst das ist deine Interpretation. Die Interpretation von flackerten Lämmchen. Die ist immer noch nicht bewusst, man, dass jeden, den du dir ausdenkst, dass der so ist, wie du in dir denkst. Das muss dir jeden Moment bewusst sein. Dann wirst du langsam bewusst sein. Dann wirst du das wieder, was du schon immer bist. Dann kehrst du zurück in diesen Zustand, der ewig ist. Der ohne Leid ist, ausgedachtes Leid ist und ohne ausgedachte Freude ist, obwohl die durchaus immer da sind. Das, was immer ist, hat keine Wellen, obwohl trotzdem Wellen da sind. Aber die Wellen sind genau genommen immer nichts, was er selbst ist. Wenn man ganzheitlich und nicht mehr chronologisch denkt. die chronische Krankheit des chronologischen Denkens ist der Anfang. Dadurch kommt dann die einseitige Wertung und dann platzt es in diese vielen Zeiten auf. Und du kannst nur immer wieder feststellen, dass du es zwar begriffen hast, aber noch nicht verstanden hast. Jedes Mal, wenn du dich nur ein bisschen schlecht fühlst, ist ein klares Zeichen, dass du das, was ich dir erkläre, noch nicht verstanden hast. rein intellektuell vielleicht begriffen, aber noch nicht installiert. Weil du immer noch Teilbereiche vorziehst, auch in der Welt deine Interessen. Dich wird alles interessieren. Entweder interessiert es dich aus tiefstem Herzen oder du hast es schon abgehakt. Es ist ein Unterschied, ob mich etwas nicht interessiert oder ob ich etwas abgehakt habe. Weil das durch ist. Es sind auch wieder zwei Seiten. Aber hallo. Unrechtlich getrachtet ist es dasselbe Phänomen. Wenn jetzt irgendwas in dir aufdacht, wo du ganz kurz reagierst, ob du dich jetzt näher damit beschäftigst, es interessiert mich, ob du das ablehnst oder ob du es abgehakt hast. Da ist eigentlich oberflächlich betrachtet kein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du mit etwas nichts zu tun haben willst oder ob du das schon vollkommen durchschaut hast und sagst, das muss man dir nochmal anschauen, das ist durch. Ja, stimmt. Gut. Sehr gut. Und das solltest du mal beobachten in dir. Dann wirst du feststellen, dass eigentlich bei dir alles fällt. Alles. Bis auf dieses kleine, winzige bisschen, was du mein Intellekt nennst. Der ein Nichts ist aus einer unendlichen Wundertüte voller Möglichkeiten. Schön gesagt. So, das war jetzt, wenn du sagst, schön gesaugt, dann lassen wir das jetzt gut sein, sonst, dass das nicht so lang wird. Super gut. Super gut. Alles klar. Checken wir uns da mal ganz kurz aus. Wir müssen einen ganz kurzen Nachschlag machen, weil ich natürlich im Maß der Vielsetzung, wo ich gerade, ich will auf die Haribo vorhergehendes Video nochmal kurz reingehen. Und zwar schauen wir uns dann ganz einfach, was ich natürlich vergessen habe, die Haribo ganz kurz angesprochen. Ja. Die Roten und die Blauen ganz kurz angesprochen. Grün. Was ich aber vergessen habe natürlich wieder im Angesicht dieser Unendlichkeit, die da noch mit drinsteckt, ist es Gummibärchen. Okay, dann müssen wir uns das mal ganz kurz anschauen. Ganz, ganz simpel. Gummibärchen beginnt mit GU. Da haben wir zuerst einmal den Geist, der verbunden vereinigt ist oder das Gehirn, der zwangsläufig in sich was aufspannt, der Intellekt. Rot-Blau. Die hebräische Radix-Gewaff heißt eigentlich Bauch-Eingeweide, das sind ganz normale Übersetzungen nach Langenscheid, eine Gemeinde von Geistesfunken ist eine Gemeinschaft im Inneren. Das ist das Innere. Man kann übrigens auch den Körper rot machen, weil das hebräische Wort für Körper ist ja der Geist des UB. Das heißt, vom JCH aus gesehen ist der Körper die Bücher mit den dazugehörigen Geistesfunken. Das ist der Geist, das ist vereinigt, verbunden in der Weisheit und das ist der Geist von UB. Okay, aber was mir jetzt wichtig ist, dass dasselbe Wort auch Rücken heißt. In eine Mitte, in eine Gemeinschaft hinein, das ist die, die Mitte ist dieses Zentrum von El Hayom, das immer ist, in dem sich letztendlich alle befinden, bevor sie sich selber ausdenken. Jetzt ist das Verrückte, dass immer, wenn du dir was ausdenkst, wenn du dir was vorstellst, dazu gehört ja eine Rückseite, ein Rücken, das ist das hintere und das ist immer innen. Ja, ja, okay. Du musst einfach mal in den Gedankengang mitgehen. Ja, ja. Das hintere ist immer innen, darum ist das im Geist verbunden oder etwas geistig aufgespanntes, das ist ja das Innere und jetzt wird es interessant und dessen Rücken. Wie heißt das da mal die Vorstellung und sobald du dir den Rücken denkst, wird er ja auch zu einer Information, die du dir trotzdem vorstellst. Pass auf, denk dir ganz einfach mal das Licht, die Lampe im Projektor. Du Geist siehst mehr oder weniger bloß die Schatten auf der Leinwand. Ich springe jetzt einmal auf die Leinwand. Von der Leinwand aus gesehen ist das Display schon im Projektor. Das ist aber die Rückseite ist für die Bilder, die außen sind. Beim Tierprojektor Beispiel. Indern. Von der Lampe aus gesehen, wenn wir jetzt das einmal als Schichten Zwiebelschalen ausdenken, kommt zuerst das Display vom Projektor, das ist praktisch die Rückseite von dem, was ausgedacht wird. Das ist aber im selben Moment, wo wir das auch so sehen, von der Lampe aus gesehen, das Erste, was du dir ausdenkst. ist. Weil wir das als Schichten aufbauen. Und als Zweites ist das Ausgedachte, weil auch das Innere, das du ja normalerweise nicht denkst, die fehlende Seite. Ich kann das immer nennen. Wir brauchen zu den Schatten brauchen wir ja ein Tier, wie ich immer sage, Tier positiv und Tier negativ. Da haben wir schon wieder das Plus und das Minus. Das genau genommen aber zusammengeklebt sich gegenseitig aufhebt. Es ist weder Schwarz noch ist es Weiß ausgedacht. Schien wie Ares, das Schwarze, negativ gelesen, heißt logisch aufgespannte Erde. Logisch aufgespanntes, erwecktes Wissen. Weiß wiederum ist Leben. Leben, auseinandergeschmissene polare Existenz. Okay, wir haben jetzt da den Gewaffen, wir wollen ja nicht das GU gelesen. Man kann ja da sich einmal reinmachen, ich UB bin die absolute Synthese aller Geistesfunk und ihrer Gedankenwellen. Das ist der, der vor dem Bücherregal steht. Das rote ich, dass ein Buch in der Hand hat, ist die Synthese von all dem, was in dem Buch drin ist. Nur von dem einen Buch, das er in der Hand hat. Und diesen Gedankenwellen. Du bist die Synthese von allen Gedankenwellen, die du dir jetzt mit deinem bestehenden Intellekt aufschmeißen kannst. Als rotes Ich als Geistesfunk. Und immer dran denken, wenn du träumst, du kannst ins Internet gehen, jede Internetseite, die im Traum auftaucht, kommt aus dir. Jetzt hast du doch so schön die 16 Seiten mit dem Internet gemacht, wo wir sagen, es ist mein Internet oder ist es ein anderes Internet? Es gibt ja andere Internets auch, die ich mir ausdenken kann. Wenn es meins gibt, muss es auch ein anderes geben. Auch wenn das jetzt so ein bisschen abstrakt bringt. Ich UB bin reine Liebe, all verstehen und absolute Demut. Und jetzt müssen wir wissen, Demut wiederum heißt ja Vorstellungen. Alle Vorstellungen, die absoluten Vorstellungen. Diese Demut ist das Ziel, das du in unserem Lebensspiel erreichen musst, wenn du es GW innen. Schau mal. Ist ja auch GU innen. Und innen ist immer innen und die Rückseite. Ja, ja. Diese ausgedachte Rückseite ist jetzt praktisch hier das Negativ für das Positiv, das du außen hinstellst. Oder wir sagen, für das Positiv, für das Negativ. Jetzt wenn du wieder aufgespannt existierende Öffnung, eine aufgespannt existierende Öffnung einer Rückseite, die du dir jetzt ausdenkst. Jetzt wird es aber interessant, dass dieses ND, habe ich ein paar Mal schon gesagt, dass dieses ND, diese existierende Öffnung, schauen wir uns nochmal genau an, im Hebräischen geschrieben, heißt das zuerst einmal ein Damm, aufgedürmte Wasser. Ja. Schauen wir mal. Die geöffnete Schöpfung besteht immer aus 2 mm. Mhm. Das heißt jetzt dann gleich in Gummi, da gehen wir gleich nochmal zurück. Okay, wir haben einen longitudinalen Fluss, wie ein Zeitfluss von der Vergangenheit und Zukunft, fließt der Fluss von der Quelle, die angeblich in der Vergangenheit liegt, wenn ich unbewusst chronologisch denke, zum Meer. Mhm. Jetzt machen wir da einen Damm rein und dann wird aus dieser Bewegung von der Vergangenheit in die Zukunft, von der Quelle zum Meer, zum Immersein, staut sich das Wasser und wir kriegen hier ein Schwanken, ein sich Bewegen, das jetzt nicht mehr Longitude in Neues sondern Transversalbert. Ein reines Auf und Ab. Ich lasse das aufstauen, dann lasse ich wieder was raus, was jetzt nicht ins Meer fließt, sondern zurück in dir fließt, weil du bist ja immer. Mhm. Aber du bist auch die Quelle, wo es herkommt. Mhm. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Wenn du in mein Bild anschaust, du sagst, wir fließen immer von einem Entstehungsort der Vergangenheit in die Zukunft von der Quelle, sondern das ist ja ein Kreis. Wir wissen ja, das Wasser aus der Quelle kommt ja letztendlich auch aus dem Meer. Mhm. Und wenn ich einen Damm, eine geöffnete Schöpfung reinstelle und ich tue jetzt das Wasser aufstauen, dann ist es nur ein Auf und Ab. Und das ist das Schwanken, das Bewegen, sich hin und her bewegen. Aber jetzt Transversalim, jetzt ein Kommen und Gehen, das ist die Gedankenwelle, wenn ich sie ganzheitlich sehe. Okay, und das wird jetzt in dir aufgespannt und du projizierst es nach außen und machst du durch raumseitliche, chronologische Vorstellungen. Mhm. Gut. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu unserem Gummi und jetzt haben wir ja dieses Gu und dann haben wir ja die 2MM und das sind meine 2MMs. Gummi. G-U-M-M-I. Schauen wir mal, was das bedeutet. Von wem? Von wem ausgespannst, wem kommt dieses Gewässer, dieses geistige Wasser? Jetzt, das müssen wir blau machen, die Flüsse. Von wo raus? Von wo kommen die her? Das heißt MMI auf Hebräisch. Mhm. Ja, ganz einfach aus dem Gu. aus dem eigenen Inneren. Jetzt, wenn du das das erste Mal hörst, wenn das einmal installiert ist, dann wirst du feststellen, boah, BC sagt immer, wie geil ist das denn, wenn ich ihn drauf hinweiß? Wie geil ist das denn? Der bringt sich immer gar nicht zusammen. Er hat nämlich die Grundlagen schon, aber er sieht das von sich aus noch nicht. und du wirst dann anfangen, dich viel mehr mit Wörtern zu beschäftigen, nicht einfach zu reinschauen und dann gleich wieder weggehen. Das ist übrigens auch hier genau genommen, dort steckt der Dach, da steht ja bei weit nicht alles drin, immer an die 400 Seiten denken. MMI für sich alleine heißt immer die Frage, wer oder was werden wie Nominak gebraucht. MMI bezieht sich mehr auf Personen, immer dran denken, Persona heißt nicht nur Maske, sondern ein Hindurchtönen. Von Personare kommt das. Ursprünglich. Das heißt, man spricht durch die Maske hindurch. Denk an unser Display im Videobeamer. Okay, und MMI bezieht sich mehr auf Sachen, heißt das, aber Sachen wissen wir ja mittlerweile, sind Gesetze. Zur Verhandlung kommt die Sache. Immer, für die, die es noch nicht begriffen haben, hat nichts zu tun, auch die Dinge, hat nichts zu tun, und darum muss man das immer wieder wiederholen. Nicht näher bezeichne, die Gegenstände, das ist ein Blödsinn, gehen die Etymologie, und da werde ich gleich, das ist doch mal ganz vor vornherein, wenn wir runterfahren, Upsa. Gegenstand Ding ist auch ein Ding. Dien heißt ja Gesetz und Glaube, das Gesetz des Geistes, das ist das Ding. Können wir dann gleich nochmal anschauen, das Ding. Das kommt hier aus dem Mittelhochdeutsch, eine Rechtssache, ein Rechtsstreit, eine Angelegenheit, eine Ursache, ein Ding. Es ist letztendlich ein Gericht, Gerichte sind immer Essen. Und Essen wiederum im Lateinischen ist Sein. Ja. Okay? Und beim Ding haben wir im Prinzip dasselbe. Eine germanische Volks- und Gerichtsversammlung. Es geht hier ums Gericht. Das Gericht ist das, was du essen musst, was du essen sollst, was du jetzt aber dehnst, ziehen, spannst, aufspannst in dir. SB, raumzeitliches Wissen ist immer eine Welle. Darum ist das hebräische Wort SB die Welle. Aha. Okay? Gibt es da nur ein Ding 2, wenn du das auch anschaust? Das ist übrigens ursprünglich, auf Altgermanisch schreibt man das Thing. Da kommt fast das Ding, fast wie Thinking im Englischen, wie Denken. Mhm. Dein Denken ist das Gericht. Du richtest über alles und jeden, wenn du denkst. Darum ist ja DN, die Radix DN, geöffnete Existenz, heißt Urtein. Wissen wir ja, wenn man es kann. Das heißt, du musst dich selbst, das heilige Urtein, dass du zuerst einmal einen Berg oder einen Berg kriegst. Aber wie gesagt, jetzt die zwei im Einheitskreis waren zu vier und jetzt haben wir die Spiegelungen, dann geht es hoch, weil das kann man jetzt, jetzt sind wir auf höheren geistigen Ebenen, dass man dann die 16 Versionen sieht. Das kann man sich raumseitig nochmal vorstellen. Das ist übrigens Richtend, der Richter. Richt wiederum ist eine Unterform von Ruch. Das heißt nämlich Geruch. Ein berechnendes Ich, kann man rot und blau machen, da hast du jetzt plötzlich den Geruch, der Geist und Ruch jetzt bau gelesen, die vier Welt gegenden. Ruch heißt ja nicht nur Geist, sondern auch die vier Welt gegenden. Das ist jetzt schon der blaue Geist, der mehr oder weniger in die 1,4er Struktur zerstrebt. Und dann heißt es auch noch Duft. Aber du bist eine Facette, die in Erscheinung tritt. FD ist PD und jetzt kommst du zum Bot zur Scheide, zur weiblichen Scheide und dann kriegst du einen Brocken und einen Bissen. Ja. Okay. Ein kleiner Bissen, B ist W, ist Wissen von dem, der im Roten ist, der im Atem drin ist. Ein kleiner Bissen. Und das ist die weibliche Scham. Die weibliche Scham wiederum heißt dort, das ist ein geöffneter Ort, Schindmem. Und jetzt wird das Ganze rund. Und wenn einer diese Grundlage nicht hat und da komme ich nicht mit, dann musst du dir einfach eingestehen, dass du noch ein sehr, sehr kleiner, Hosenscheißer, unreifer Geist bist und der maßt sich an, eine, die aufwächern, zu sagen, die bringen ihre Hybris auf. Das ist Selbstüberschätzung. Also das ist immer, das rächt sich immer wieder von selber. Mit Demut kommt man wesentlich weiter. Das ist einmal das Erste, was man hier begreifen muss, dass also hier, wenn ich das schockt, du hast so unendlich viel Zeit und ich sage immer wieder, nicht jetzt hinsetzen und anfangen, das zu lernen, weil das wäre jetzt, dann wärst du getrieben von Angst und von Kaufmannsdenken. Du bist der Erste, der es mitkriegt, wenn es dich zu interessieren anfängt. Vielleicht nicht, wenn du an denen rumkritisierst, weil du dich aufregst, dass welche auffächern, die du dir natürlich jetzt ausdenkst, die das nur können, weil du dir das ausdenkst. Immer daran denken, Figuren in einem Traum können gar nichts. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, irgendwas wissen könnte, wenn du dir das nicht denkst, dass er was weiß. Das, was ich dir erkläre, ist das Wissen, das in dir drin ist. Aber dich interessieren noch so viele Sachen, die da außen sind in Bezug auf den Körper, Rausch, Traum, was auch immer, Freude, Fernsehsendungen. Ich sage, du kannst alles geistreich machen. Das, was andere als Trash ablehnen, wenn ich immer wieder sage, hier die Filme, mir fällt jetzt hier das für das Dinner ein, ganz seichte Fernsehsendungen, da wird es viele, weil ich das angesprochen, die schauen das an und sagen, das ist so unterhaltsam. Die Frage ist, mit was für einer Motivation schaust du das an? Ja. Oder jetzt kommen die Ritter, die Ritter sagt, habe ich hier das Big Brasser Haus gesehen habe, die erste Sendung. So wie nicht du, ich habe keinen Bock mehr gehabt, ich habe es nicht angeschaut als Udo, jetzt normal als Brösel, weiß nicht, was wir gemacht haben. Die sagt, das war ja so stark, das war so unheimlich stark, da gibt es irgendwie ein gläsernes Haus und dann irgendeine Holzhütte und die, die im gläsern Haus sitzen, da haben sie große Monitore, ich tue jetzt ganz frei aus der Erinnerung erzählen, Monitore, und das ist über Internet, können Leute außen sich eine App runterladen und können dann ihre Meinung wiedergeben, was sie von diesen Teilnehmern an dieser Fernsehsendung halten. Ja. Und die, die jetzt da Selbstdarsteller sind, das wird denen eingespielt und die müssen das jetzt lesen, was die Welt da außen, jetzt normal gedacht, was die über sie denken und die Ritter sagt, wie da manche das Gesicht runtergefallen ist, wie die Zuschauer da außen ankommen mit ihrer Art und Weise. Aber ist das nicht das Spiel, ein Riesenspiel von Reaktionen und Gegenreaktionen? Ja, genau. Der ist jetzt eigentlich, der das einfach sich anschaut, weil es in ihm auftaucht, in mir ist es nicht auftaucht, wie auch immer als Ura, aber die Ritter sagt jetzt, die schaut ihn mit dem Geist, mit Holofilling-Geist. Die sagt, das war so unendlich interessant bei den Pixelmännchen, die ist ja jetzt normal gedacht, diese Reaktionen, was die kommen und wollen sich groß machen, wir sind im Fernsehen und dann kommt von außen ein Schwall, jetzt nicht unbedingt von Hass, sondern von, was ist das für ein Arschloch, was bietet der sich ein und das tut natürlich einem Ego verdammt weh, wenn man das hören muss. Oh ja. Wie sich dann die Physiognomie an den Gesichtern dieser Pixelmännchen verändert. Und wenn du das geistreich beobachtest, dass da alles bloß Reaktionen auf Reaktionen auf Reaktionen sind, wir denken uns jetzt natürlich auch irgendwelche Zuschauer aus, die auch wieder die Pixelmännchen, wo sie im Fernseher sehen, sofort interpretieren und an das Smartphone übers Internet gehen und dann ihre Meinung kundern. Ja, genau. Einseitige Meinungen sind so unendlich vielfältig, wie Sand am Meer. Es ist Kohl. Es ist Sand. Es ist das Weltliche. Ah, IND. Ich werde auf- und abschwingen. IND. Denk an die IND-Rodix. Das heißt, Raumzeitliches, Schöpfung, ist immer eine existierende Öffnung, die auf- und abschwingt. Jetzt in unserem Sandbeispiel ist es natürlich das, was immer ist, und am Sand geht das Wasser hin und her. Und darum nennt man das auch den Rand. Das sind Berechnungen. Und weil du einseitig bist, hast du mal Hirn, mal Dunkel, dann bist du gesund und dann bist du krank. Und das nennt man auch das Land. Und Strand passt da auch genau rein. Und der Strand ist SDR. Am Strand ist es ganz interessant, weil SDR rot geschrieben ist ja Bewusstsein ist der immerseiende Kopf mit vier. Das heißt, das Geheimnis, aber auch das Versteck, das ist das Bewusstsein im immerseiten Kopf. Wenn man es blau liest, wenn man das jetzt eingeben, musst du feststellen, heißt das etwas widerlegen, widerlegt sein. Wieder. Dir gegenüber. Das ist das Ausgedachte. Darum ist der Adam, besteht aus einem Geheimnis. Ich sage immer Geheim, Geheim, Gehe wieder zurück. Und das Widerlegte ist das, was er zu sein glaubt. Das ist zum Beispiel auch in der, wo ich immer sage, in der Hologrammatik, das hier schon sehr trügerisch ist, wenn man von der ersten Person redet. Ich. Ja, absolut. Dieses Erste ist eine Person. Das ist er, der durch eine Person, oder durch eine Maske etwas hinausdünnen lässt und die Maske ist wie das Display, das filtert halt alles, was du sagst. Weil du Worte aussprichst und die mit einer inneren Einstellung, dass das, was du aussprichst, das ist, wenn ich jetzt Krebs zum Beispiel sage, denkt der, der das Wort Krebs ausspricht, in der Regel bloß an eins dieser Facetten von dem Wort Krebs. An die Krankheit, an ein astrologisches Zeichen, egal an was, an ein Sternzeichen, weil das filtert seine Maske. In ihm selber ist es ganzheitlich. Das weiß er, aber er weiß ja nicht, was von ihm ist, weil es ist ja alles da außen. Die Krankheit genauso wie die Sternzeichen. Das ist bei unseren 16 Seiten. Von der Tasse schaue ich das Ganze von innen an oder kommt es von außen? Bei der Brille kommen die Signale noch von außen? Kommt, wenn ich ins Internet gehe, irgendwas von außen, wenn mein Internet nicht geht, ist da außen was ausgefallen? Da außen ist gar nichts, wenn du träumst. Es ist im Zentrum, es ist in deinem roten Kopf, das ist das Gesamtgefäß und du darfst jetzt wieder drüber richten, ob du das glauben willst oder ob du es nicht glauben willst. Da bist du aber sehr geistlos, weil ich immer wieder sage, wenn du aufmerksam zuhörst, was du feststellst, Holofilling ist die einzige Lehre, die in den Grundaussagen von jedem Kind, ich bin der Erste, hier und jetzt sofort auf der Stelle, wenn du die Gedankengänge mitgehst, überprüft werden kann. Die Schwierigkeit ist schlichtweg und einfach, dass deine anerzogene Logik, all der ganze Schrott, wo du meinst, weil du das gehört hast, dass das hundertprozentig sicher ist, obwohl du da die große Masse nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das Problem hast du bei Holofilling mit. Und ich sage nochmal, wenn du den Maßstab ansetzt, gibt es für dich Religion vom Tisch, also die klassisch ausgedachte Religion. Weil alle religiösen Menschen arbeiten mit Vergangenheit, mit einem Jesus, mit einem Abraham, mit einem Buddha, mit einer Welt da außen, und mit Zeit, was übrigens auch alle esoterischen Menschen machen, in ihrem normalen Alltagsbewusstsein, weil sie das nicht verstehen, was es bedeutet, es gibt ja bloß hier und jetzt. Wann hast du dann eigentlich nur ein Problem? Oder wieso machst du deine Vorträge, dass du Geld kriegst, mit Energieausgleich? Ich sage vor vornherein, du kannst Gedankeninformationen von dir nichts erklären. Du versuchst ständig an der vergänglichen Erscheinung was zu erklären, was du selber nicht verstanden hast, weil du dich immer noch mit einer vergänglichen Erscheinung verwechselst. Auch wenn dein Mund auch ganz was anderes äußert. von der vergänglichen Erscheinung, die du zuerst glaubst. Das stimmt so wahr, aber hallo. Lebe es dem Menschen vor, und wenn du ruhig bist, dann bläst du dich nochmal auf, als irgendein Erleuchteter. Auch wenn du sehr demütig in Erscheinung trittst. Du bleibst der Gedanke von irgendjemandem, von dir selber. Ich mache keinen Unterschied, ob ich an den Holger denke, an den Udo denke, oder an den denke, der mir jetzt zuhört. Also der, der mir zuhört, den kannst du sowieso nicht denken, der du zu sein glaubst. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Kleiner Nachschlag. Ciao.